Die Tiroler Landesregierung hat bei ihrer Regierungssitzung am Montag ein 25 Millionen Euro schweres Antiteuerungspaket beschlossen. Darin enthalten sind bereits präsentierte Maßnahmen wie die Erweiterung der Schulkostenbeihilfe oder die neue Wohnkostenverordnung, bei der Wohnraum für sozial schwache Menschen abgesichert werden soll. Darüber hinaus wurde fixiert, dass das Land die Zwischenfinanzierung für die TIWAG-Sonderdividende in Höhe von 40 Millionen Euro stemmen wird. Die Teuerung ist akut und trifft die gesamte Gesellschaft, begründet Landeshauptmann Günther Platter die Vorgehensweise. Platter wies die Finanzierungsabteilung an, die 40 Millionen Euro der landeseigenen TIWAG in der Finanzplanung vorzusehen. Durch den Beschluss könne die jährliche Dividende für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 erhöht und in die Sonderausschützung aus der Verbundbeteiligung dem Land zur Verfügung gestellt werden. Damit sollen die Antiteuerungsmaßnahmen finanziert werden. Die TIWAG ist zu 8,2 Prozent an der Verbund AG beteiligt. Die Regierung beschloss zudem eine Valorisierung der Unterstützungen von Vereinen. Auf Gemeindeebene sollen die Kommunen auf die Erhöhung der Elternbeiträge für Kinderbetreuung und der Müllgebühren verzichten. Im Gemeindenausgleichsfonds soll dies mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro abgegolten werden. Neben dem Aussetzen der Preiserhöhung für Öffi-Tickets, die vom Bund mit 6,8 Millionen Euro finanziert wird, will man in Tirol die Preise für Jahrestickets um 10 Prozent senken, womit etwa das Klimaticket Tirol im kommenden Jahr 468 Euro kosten wird. Dafür nimmt das Land rund 2 Millionen in die Hand. Laut Landeshauptmann-Stellvertreter Ingrid Philippe von den Grünen sei damit auch eine Angebotsausweitung bei Bus und Bahn vorgesehen, um die hohe Qualität im Tiroler Öffi-Netz zu halten, sagte die Verkehrslandesrätin. Im Bereich der Energie setzt das Land Tirol auf eine Brennholzvorratsinitiative. In jedem Bezirk soll zumindest ein Brennholztrockenlager eingerichtet werden. Das Brennholz soll anspruchsberechtigten Personen zum Selbstkostenpreis weitergegeben werden. Die Kosten für Transport, Lagerung, Aufarbeitung und Logistik werden durch das Land abgegolten, sagt Wirtschaftslandesrat und zukünftiger Landeshauptmann Anton Mattler von der ÖVP, der eine Teuerungsarbeitsgruppe leitet. Er appelliert an die Menschen, den ausgeweiteten Energiekostenzuschutz zu nützen. Die Maßnahmen wurden gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem Gemeindeverband vorbereitet. Von den 25 Millionen Euro soll aber nicht alles gleich verbraucht werden. Dem Land bleibe ein Spielraum in Höhe von 15 Millionen Euro, um auf die Entwicklungen im Herbst reagieren zu können, hielt Mattler fest, der sich derzeit als ÖVP-Spitzenkandidat im Wahlkampf befindet.